Die sind so lappenhaft, dass ich bisher noch nicht dazugekommen bin. Assassinen-Gewölbe, da waren wir definitiv noch nicht drin. Auf, ein Assassinen-Gewölbe. Gott, wir brauchen trotzdem schon. Die haben hier so gar Gorgonen. Ja, Gorgonen gibt es doch immer mal. Ja, das stimmt. Wenn er wie hier, Filzläuse wird man einfach nicht los, ich scheiß Dinger. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde den Zusammenhang zwischen Filzläusen und Gorgonen etwas weit hergeholt. Aber naja, ich hab dich nicht so verbraucht, man braucht ein bisschen Fantasie. Bei mir auch, aber ich bin dann reingegangen und hab einfach weitergeprügelt. Na komm schon. Da stehen schon den nächsten ein. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ich bin ja schon auf dem Weg. Meine Kraft verlässt mich. Ach, falsche Taste gedrückt. Aha, scheiße. Aber jetzt hab ich das Mantra drauf. Schakal, der Herr der Verrückten. Ja, der Verrückten ist auch schön. Ja. Muss ein Bruder von mir sein. Dann müssen wir ja verwandt. Na komm, man muss auch mal über sich selbst lachen können, wa? Ja, natürlich. Man hat gar keinen Spaß am Leben. Das stimmt. Geht so, muss ich ja helfen. Ich weiß nicht, bisher werden sich die Säulen nicht wirklich. Ach so, die Säulen. Ich dachte, du musst sie, du schlägst sie nur mit dem Herr der Verrückten rum. Nö. Der hat sich verrückterweise schon aus... ...gescheitert. Er sich? Er sich. Er ist gegen mich angetreten, damit er sich selbst vernichtet. Ach so, ach so, ja, entschuldige. Ich hab dein, äh, Schild mit Incendus nicht gesehen. Ja, das ist, weil du da nie dran denkst. Wie könnte ich nur? Das seh ich ja ein. Ach, schade. Fühlt die Faust der Götter, meint er. Wo kommen sie nur alle her? Ich bin da gelegt, bitte. Alter Schwede. So. Haben wir das mal erledigt? Anu. Ich hab hier 177 Millionen Gegner gekillt und keinen Massaker, ähm, freigeschalten, Dings da. Du weißt schon. Vielleicht hab ich das ja zwischendurch mal abgesetzt. Ja, nicht wirklich. Also jedenfalls nicht, dass ich's wüsste. Ich hab den Ausgang gefunden. Mh, na wollen wir den schon raus? Nee. Eure Schwächen sind offenbar. Eure Schwächen sind offenbar? Nein, doch. Eure Schwächen sind offenbar. Insignius, der Unsterbliche Oha Oha, hast du die ganzen Special-Gegner Ist das nicht irgendwie Ein Ausschluss in sich? Was? Na, der Unsterbliche, der gerade gestorben ist? Ja, deshalb habe ich es erwähnt Nun gut Wenn das denn so ist Oh, der ist beinahe an die vorbeigelaufen Boah, hier ist schon nur so ein blöder Magier Nicht du So ein hässlicher blöder Oh Äh, ich gehe mal schnell verkaufen Ich bin auch voll Warte, bis wir hier raus sind Schmeiß lieber die ganzen grauen Gegenstände ab Zu spät Na, dann mache ich alleine weiter Dann kann ich dir auch nicht helfen So, erstmal schnell alles reparieren Scheiße, was immer verwertet ist, ist, wo weg war Ja Na, nur zu spät Man sollte vorher vielleicht mal gucken, ob das besser ist, was man gefunden hat, als das, was man jetzt hat Bevor man es wegschmeißt, meine ich Ja, daran sollte man vorher denken Ja Ja, nur zu spät Äh Hm Mürmidon-Lektion, junge, junge Drei Leben pro Sekunde Drei Leben pro Treffer Oh, ich habe schon bloß so einen blöden Würfel gefunden Kling? Was hast du getan? Was? Es hatte Kling gemacht Ich dachte, es kommt vielleicht von dir Ne, muss ich dich enttäuschen Die Gegner machen jetzt mal Kling, wenn ich sie töte Äh, da denke ich eher nicht Also, das glaube ich eher nicht So Ja Ich habe mir eben überlegt, ob es auch Gegenstände gibt, die übergelb sind Äh, das weiß ich nicht Ich habe gehört, ihr seid aus Trittram Heel Habe ich hier alles abgegrabt, gibt's nix Mhm Nix interessantes Was machst denn du bei dir? Klappert's im Hintergrund so Gar nichts Jetzt ist weg Hm Schnell alles verkaufen So Jetzt bin ich wieder leer Jetzt bin ich gerade auf dem Weg zurück Schon wieder Rauchkugeln Hm, hm, hm Oh, verlieren auf dem Weiße Zeug Das ist das, was du weggeschmissen hast, wahrscheinlich Teilweise, ja Ein Amulett Ist aber noch relativ groß, die Karte Ob wir eigentlich so oft, wie wir wollen, zurückreisen können? Das weiß ich nicht Irgendwann werden wir bestimmt immer den Weg zu Fuß nehmen müssen Am Anfang haben wir ja mal so eine Reiseschriftrollen gefunden, war Aber ist ja nun auch schon eine Weile her Das hört sich immer an, als wenn das Vieh verreckt hier Der komische Das komische Stiervieh Äh, Stiervieh, was auftaucht, wenn ich hier mit der Axt zuschlage Wieso? Das wird eigentlich gar kein Gegner mehr sein Nee, aber wenn Ich hab beim Aufsammeln Wenn da Zu oft X drückt, schlägt der zu Und dann Taucht das Vieh auf Na gut Auch eine Möglichkeit Schnell mal gucken, ob es hier noch irgendwas für mich gibt Hier ist eine Buchtasche Da ist auch ein Buch rausgefallen Aber ich kann es nicht aufheben Vielleicht habe ich das ja wieder schon So Ach nee, er sollte unkul Hätte sich mir nichts merken können, wo seine eigene Bücherei ist Ich bin wieder da und warte am Ausgang auf dich Bin gleich da Beard hing Tung tSch Tink tsch ihn... Tinh tsch ін... Oh, oh, oh.